Was geht ab und willkommen Sportfrauen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA, Nate Diaz ist jetzt weiterhin dabei viele Interviews zu geben, ist auf vielen diversen Events unterwegs vor allem beim Boxen bei Canelo vs. Triple G war er auf jeden Fall auch am Start, hat seine Prognosen dazu abgeben und diverse Interviews gefeuert und ja, hat auch Hamza Chemaevs Coach, seinen BJJ Coach auf Instagram beleidigt Dazu kommen wir gleich und Nate Diaz hat ebenfalls seinen möglicherweise nächsten Kampf enthüllt beziehungsweise was er als nächstes vorhaben wird Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, weil 66% von euch dies auch nicht getan haben und schaut bei ESN vorbei Freunde, jetzt könnt ihr 4 Produkte kaufen, müsst nur 3 bezahlen und wir starten das Gewinnspiel, folgt mir auf Instagram, schickt mir eure Bestellung mit dem Code NoTime zu und 3 Gewinner können ISO Clear gewinnen Gebt Gas Freunde, das ist wirklich eine sehr sehr interessante Chance für euch und ja, schickt es mir gerne auf Instagram, dass das Gewinnspiel geht, sagen wir mal bis Freitag 18 Uhr Viel Spaß und wir starten direkt rein ins Video Hamza Chemaevs BJJ Coach, einer der besten BJJ Grappler der Welt mit einem sehr sehr starken und anerkannten Schwarzgurt und ist in dem Sinne auch Brasilianer, ja, er ist selbst auch Brasilianer und hat gegen Gilbert Burns beispielsweise auf diversen BJJ Turnieren schon gewonnen und hat gegen diesen gekämpft und ja, Nate Diaz sagte ganz klar über den Coach von Hamza Chemaev I choke this pussy easy ja, also ich würde mir gar keine Gedanken machen gegen ihn zu kämpfen im BJJ da würde ich ihn easy auschoken, gar kein Problem da ist Nate Diaz confident und wir alle wissen hey, Nate Diaz ist ein super super gefährlicher Typ am Boden vor allem vom Rücken aus, für Triangle Chokes für Guillotinen selbst und Rear Necked Chokes etc also Nate Diaz ist auch ein Submission King, muss man an dieser Stelle so sagen und wie sich der Coach von Hamza rein aufs BJJ bezieht da würden wir wahrscheinlich nie die Antwort erfahren was wir nur erfahren ist, dass Hamza Chemaev Blaugurt ist und trotzdem ohne Probleme die ganzen Schwarzgurte in der UFC submitted also ich bin gespannt, wie es da weitergeht der Coach von Hamza sagte selbst auch ja, Hamza Chemaev wird diesen ganzen Fake Black Belts zeigen was es bedeutet, ein Blue Belt zu sein sagt er hier also das war wahrscheinlich die Reaktion von Nate Diaz warum er das hier getätigt hat ansonsten hat Nate Diaz in einem Interview enthüllt dass er den Kampf abwarten wird von Jake Paul gegen Anderson Silva die werden gegeneinander boxen Jake Paul gegen den Mitte 40-jährigen Anderson Silva ja, wenn Jake diesen Fight verliert ist es meiner Meinung nach mehr als peinlich weil er 20 Jahre jünger ist Anderson Silva ist eine Legende no disrespect, sein Boxen ist auch ultra stark aber ja, eigentlich müsste er das gewinnen vollgepumpt mit Steroiden und ja, besten Boxtrainer in der Welt seit ein paar Jahren da müsste er schon das Ding machen auch gegen einen erfahrenen Mann wie Anderson Silva einfach weil das Alter eine Rolle spielt ja, und wenn Jake Paul gewinnt sagt er ganz klar hey, bei dem Kampf gegen Jake Paul bin ich auch interessiert den Kampf würde ich gerne annehmen das wäre etwas, was mich interessiert ich warte den Gewinner ab und werde dann den Gewinner kämpfen das heißt, Nate Diaz wird offiziell ins Boxen wechseln und da seinen Move machen ich bin sehr interessiert für die Zukunft schreibt mir oben an dazu in die Kommentare was findet ihr darüber bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA mit dem Kampf